Wie ändere ich nur die Icon ab, mein scheiß Ding? Na, wenn das ich heute ja... Ich muss da irgendwo runterladen wollen... Ja, das heißt, we're so in a second... Ich hasse Chip... Ich weiß gar nicht, ob das so erlaubt ist in Deutschland... So was zählt eigentlich als Ding... Also solange, dass keine Kosten entstehen, ist es egal... Wenn es ein Abofall ist und du da durchs Ding machst, wie Web.de kennst du ja auch... Da war das bei mir so, ich hab irgendwie 1000 Euro Rechnung bekommen, dann hab ich äh... Äh, Verbraucherzentrale irgendwie was äh... Äh... Kopiert... Hab die dann auseinander genommen, dann haben die... Wollten die keine Rechte, weil irgendwie mit Gesetzen und so... Du darfst das eh anscheinend nicht... Stimmt schon... Bei Web.de musst du sehr aufpassen, Alter... Ich bin ja alle am Ficken, Digga, was los hier? Hier ist auch einer, komm her, komm her, fick ihn, fick ihn... Hier... Wartest du dann? Hier war noch einer, irgendwo... Da... Ich dachte, dass er von hinten dich fickt... Wartest du dann? Du musst grad ein bisschen aufpassen, Digga, ich bin gleich tot... Komm her an... Da liegt von mir hinter mir schon wieder einer... Jetzt zieck dir mal immer noch gut, um... Verpiss dich da... Da hab ich auch gefickt, Digga... Von 7 Kills... Ne, 6... Cool... Okay... Ich spreche ja nicht nur das Logo von... C2... C2... Du... Du... Eiko... Äh... Von mir liegt mit, oder irgendwas, Alter... So, jetzt hab ich mir jetzt etwas lehnen, Alter... Machen wir die Kette... So, weißt du... Du bist doch schön am... äh... Schön am... äh... Looten, Digga... Ich hab einfach 6 Leute gebummst... No, no, we'll see... Tschüss, son... Aha... Oben... Warte... Ich geb mal hinten rein... Hier ist einer, hier... Ich hab's schon gesehen... Ok... Was ist da? Keine Ahnung... Übermord hinten ist einer... 75er und 30er hielt's weg hier reinklang, hier hier haben wir noch grün hier haben wir noch grün her höchste grad alles geändert hier das ist 2 2 2 2 3 5 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 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 6 5 6 6 6 6 7 7 6 6 6 7 7 10 10 10 6 9 10 10 9 10 10 10 10 11 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 16 15 So digger, let's want to game mother fucker, yeah man. Oh, I'm going to go. Omae! Ich hab keine mehr, ist gut. Hey, wer bist du? Ich hab keine mehr. Ich hab keine mehr. Ich hab auch zu ner Zone ausgedrohen, immer nur zwei Stück. Ich hab keine mehr. Okay. Ich hab noch Zone gehören. Ach so, Slot-Team ey, fuck! Okay. Oh, jetzt können wir moriessen. Und fünf Chicken! Nicht meine Freunde, die du Putter. Einfach so und fünf Chicken, du hast mich grad gefickt, Bro. Ja, mach ich doch immer. Du hast mich auseinander genommen. Mal mehr, mal weniger, weißt du doch. Geile Sau, ey. Du, 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 du. Ui! Uh, uh, uh! Mal den Masken verd... Aua, Aua! Aua, Aua. Hilfe! da sind schüsse mit fünf chicken ich habe deine polnische mutter du auch er sagt bluten muten zwei boxen nach kräuter das ist mir aber neu jetzt habe ich aber ehrlich keine mehr ja du laber keinen scheiß Oh fuck Ist er dann gegner dran? Ja ja Servus Servus Was ist dieses Rico für mich? Robin Banane hier Banane Ah Aua man Hört die Gegner nicht ab oder so auf Picken die gerade Ja, wir können jetzt auch mit den Sound Ja das große Hab da Wie zieht er sich Ja ach Tom Was frost St plant Ja jetzt Alles gut. Maurice war schneller. Marvin hat keine Ahnung, hat alles vergessen. Ich hab meinen eigenen Patcher. Ja, bei Marvin ist auch ein Pet eine Rüstung gleichzeitig. Äh, bei Marvin sag ich schon, bei Maurice, tschuldigung. Achso, ja, ja. Bei seinem Shinsu, keine Ahnung wie das Ding heißt. Shinsu. Shinsu. Und da sind... Hey, da sind immer noch dieser fucking Bug von damals, auch schon auf, äh, Dings. Was denn? Und, und Schulterbänder, die 50 Meter höher sind, als sie sein sollten. Es wird einfach geschossen auf den Arm, ey. Hör mal. Trotzdem hab ich mir schon mal über 60.000 Euro verdient. Die Ware machen mir das 50-fache, du. Ja, das will ich sehen. Und, und trotzdem ist deine Tastatur verklebt. Nein, du? Spaß drauf. Da, da, da. Ich fand das Spaß, Digge. Alles cool. Und deine freudische Mutter,δαpele! Hühh! Ich find's nur immer voll witzig, wie wir uns alle gegenseitig dissen. Voll behindert. Ist du dir da sicher gehört? Haum! Pff! Oh! Oh! Hey, Maurice. Maurice läuft Leute haben oder weil? Maurice? Ja? Wie findest du den Patcher? Ich schick ihn dir mal. Wo ist denn der? Ich find Der Gegner Ich find die Hände unten links oben rechts und du findest nicht so geil Warte Das krackt voll oben rechts mit dem X mit dem Minimierbutton ein bisschen rein weißt du Das ganze Ding ist animiert und so, ich find das übel sexy man Ist auch geil Wie hast du geteilt? Okay Tatsächlich hab ich ja Kornacki an meiner Seite Das ist ja fast gar nichts Kornacki Aber ein bisschen Aber noch Reugen Ja, 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 ja Du träumst mir den Patcher selber jetzt, ne? Wie schön hast du sein? Hä, was? Patcher selber? Hä? Ne, sein nur Patcher selbst Ah, Patcher hast du diesen THC Patcher davon Dann kommen wir runter Der letzte DI Patcher, der rauskam Nicht der davor Der ist schön Der geht fit Ich hab meinen eigenen Ich hab meinen eigenen Anreliated Da sind welche, oder? Holan Hier, hier Hier, hier, komm her Ja, warte Hilfe 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 Ja, genau Alter, hör auf Ja. Ja.